Das ist Frankreich-Flagge, aber das ist hier nicht drin in der Liste. Hä? Tomato? Es sind die Sandwich-Inseln! Tonga! Und das ist Australien! Juuu! Ich darf nichts sagen. Wie heißt das Land zu dieser Flagge? Südafrika hat eine andere, Kuba hat eine andere, Weißrussland hat irgendwas, sieht aus wie Russland, Sanka Lucia. War richtig. Oh, das geht auf Zeit! Okay, Entschuldigung! Äh, Groß... Trinitat... Trinitat und Tobago? Was war's? Fitchi! Okay. Äh... Paraguay? Klar, Malta. Liechtenstein! Ah... Das ist Frankreich. Französisch-Guayana, haben die einfach die gleiche... Hä? Haben die einfach die gleiche Flagge? Ey, das habe ich schon mal gesehen. Das ist... Das ist... Äh... Mauritalien. Juuu! Burundi. Juuu! Ich bin so gut! Oh! Und das ist Chile! Da! Und das ist... Gabun! Ja! Und das ist Australien! Juuu! Und ich gebe einen Fantasiennamen ein! Basti! GHG! Geff! Habt ihr gesehen? Das ist ein absoluter Scheiß-Quiz. Er gibt ein halbes Alphabet als Antwortmöglichkeiten. Okay. Kokosinseln. Bahamas. Burundi. Ähm... Montenegro. Wusste ich. Ist das Mauritius? Ah! Guadeloupe! Das ist irgendwas Arabisches? Angola könnte es theoretisch sein. Kleinere Insel... Ne... Angola, sage ich jetzt mal. Turkmenistan. Okay. Ähm... Es ist, glaube ich, El Salvador. Belehrt. Äh... Das ist Schottland. Klar, weiß ich. Ah! Hart und die McDonald's-Inseln. Wer sind Hart und die McDonald's-Inseln? Ah! Albanien, klar. Ähm... Ukraine. Das ist... Südamerikanisch. Es ist Ecuador. Ich bin so gut. Ich bin so... Guck mal! Das ist eine gute Quote. Kyrgyzstan. Ähm... M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m... M-m-m-m... Das ist nicht der Iran. Das ist Georgien? Nee. Das ist der Niger. Myanmar. Okay. Äh... Das ist Lettland. Gabun! Nepal? Ja! Okay, das ist eine ehemalige karibische Niederlande. Macht keinen Sinn. Ist das die Weihnachtsinsel? Verfalschett! Das habe ich schon mal gesehen. Slowakei, oder? Ah, Vatikanstadt. Chillig. Äh, 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 äh... Costa Rica. Moldawien! Ja, gut. Bis jetzt 50-50, ne? Aber ich wusste auch so ein paar krasse. Nepal zum Beispiel und Burundi. Wusste ich. Ähm... Ich weiß nicht. Ägypten ist es nicht. Es ist auf keinen Fall Ägypten. Bosnien-Herzog... Burkina Faso. Wusste ich. Bahrain ist es nicht. Belize könnte es sein. Französisch-Polynesien. Was haben wir für Farben denn? Das kommt nicht hin. Karibische Niederlande? Kap Verde. Klar, natürlich. Ah! Spanien. Ähm... Es ist irgendwas hinduistisches. Hinduistisch? Hindu. Hindu. Brunei. Banglade... Brunei. Ja! Schweiz. Ich schau nicht in den Chat. Ich schau nicht in den Chat. Ich sag's euch. Das ist von den Farben ganz klar Nicaragua. Perfekt. Wer ist er denn? Wer ist er denn? Wer ist er denn? Er... Inselmann? Wer ist der Inselman? Ich mach den Inselmann. Es war der Inselmann. Es ist der Inselman. Klar, es ist der Inselman. Das hatten wir... Das hatten wir doch... Nee, das war... Das war ähnlich. Das ist Aserbaidschan. Ah, Kuwait. Äh... Das ist Portugal. Klar, kennen wir. Und das ist nämlich nicht Argentinien, sondern Uruguay. Nicaragua. Auch irgendwas Afrikanisches? Chile? Sambia. Oh. Ähm... Aha, Libyen. Äh... Wo ist... Hä? Hä? Hier fehlt, ähm, die Flagge. Hä? Hä? Das ist Frankreich-Flagge, aber das ist hier nicht drin in der Liste. Hat Angola das... Gehört zu Frankreich. Oh, Digga, ja, lol. Macht ja Sinn. Ich glaube, es ist irgendwie sowas in der Richtung Syrien oder sowas. Norfolk-Inseln? Hä? Wollt ihr mich alle verarschen? Jamaika. Irland. Wieder irgendwas Britisches. Dann sind es die... Digga, die ganzen Inseln. Woher? Die Pitcairn-Inseln. Ja, natürlich sind es die Pitcairn-Inseln. Das ist irgendwas in der Richtung Thailand. Und zwar sind das die... Äh... Ist das, äh, 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 Kambodscha. So nämlich. Und das ist... Trinitaro-Tub... Ah, Sanknitz und sonst was. Natürlich, klar. Ist es Bolivien? Nee, ist es Burundi. Ist es Burundi, oder? Farnatau! Schon wieder irgendeine Insel, die die Engländer sich geholt haben. Südgeorgien und die südlichen Sandwich-Inseln? Digga, wollt ihr mich hochnehmen? Oder die Sanomonen? Könnten es auch sein. Klingt auch wie eine Inselgruppe. Die Sandwich-Inseln können mir gestohlen bleiben. Es sind die Sandwich-Inseln! Was sind denn Sandwich-Inseln, Digga? Ach, die Sch*** drauf. Ganz ehrlich, Digga. Das habe ich schon mal gesehen. Das habe ich schon mal gesehen. Das habe ich schon mal gesehen. Es ist... Guinea oder Mali? Oder Uganda? Ist es Uganda? Es ist Uganda. Ist es Uganda? Es ist Uganda. Das ist, ähm... England? Das ist... Muslimisches Land auf jeden Fall. Digga, das sind nicht die Sandwich-Inseln. Lass das. Das ist Indonesien und Burkina Faso. Digga. St. Knits and Nuis. Kamein-Inseln, Digga. Also, das ist, ähm... Der Libanon. So, nämlich. Und das ist, glaube ich, Libyen. Nein, Puerto Rico! Ah! Das ist, äh... Arland. Spitzbergen und Jan Mayen? Jan Mayer wahrscheinlich, oder? Montenegro. Ah! Mazedonien! Neuseeland. Äh... Panama. Oh, Digga. Warum ist der hier oben so groß, der Streifen? Das kann nur Tuvalu sein. Ah! Kolumbien. Chillig. Ähm... Kasachstan. Die kenne ich auch. Die kenne ich auch. Die kenne ich auch. Die kenne ich auch. Warte. Ah! El-Sai... Nein! 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 Südafrika, oder? Ja! Ah! Ah, hier. Sankt Helena, Ascension und Tristan da Kunha. Ne, 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 ne. Sind die Äquatorial-Gner oder Türks- und Kaisko-Inseln? Sankt Helena. Er belehrt diese ganzen Inseln. Woher? Woher? Aserbaidschan. Sch***. Gambier. Äh... Südsudan. Nui. Guadeloupe. Ist es Guadeloupe? Ne. Karibische Niederlande. Ne. 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 Karibische Niederlande. Oh, 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 oh. Liberia. Äh, Thailand. Estland. Das ist einfach Großbritannien mit Swimmingpool und Palme. Britisches Territorium, Indischen Ozean. Klar, natürlich, logisch, macht's auch Sinn. Croissant mit Sternen drauf. Halbmond. Das kann nur. Ist es Afghanistan? Mauretanien. Kenn ich? Ich bin mir ziemlich sicher, es ist Ruanda. Ha! Das wusste ich. Die Falkland-Inseln. Oder ist es denn wieder irgendeine... Nauru? Die Falkland-Inseln! Warum drücke ich auch nicht da drauf? Äh, 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 äh. Irak. Brasilien. Marokko. Gabun. Ah, Gabun, nein. Äh, 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 äh. Ah, das sieht mir aus wie die Weihnachtsinsel. Marschall-Insel. Perfekt, Digga. Gelbe Käse. Viele Sterne. Ähm, das... Das ist jetzt hier. Boston-Herzegowina. Fake Niederlande. Was ist das für eine komische Farbe da unten? Luxemburg? Ja, ne? Ah, Reunion. Ah, ne, Aruba, natürlich, klar. Die Schweiz hat eine Insel? N-n-n, hat die nicht. Das Sankt Wings direkt und die Granadien. Tonga! 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 Mir reicht's, Digga. Wo stehen wir? Ach, Digga, das ist zehnmal besser als alles, was die Leute bei Twitch sonst hinbekommen. Ganz ehrlich, das war smart. Wir haben es sehr gut hinbekommen. Wir haben es... Nein, wirklich, Chat, es war stark. Ganz ehrlich, und weil ich so international bewandert bin... Weil ich so international bewandert bin, Leute... Darauf erst mal ein Baklava von Anne. Oh, ich kriege ganzer. Oh, ich kriege ganzer. Oh, ich kriege ganzer. Oh, ich kriege ganzer. Oh, ich kriege ganzer.